11 Uhr ist Abgabe, das ist ja knapp. Wir machen nur noch das Sahnehäubchen auf dem I-Punkt sozusagen. Wir müssen jetzt noch die eine Wand stellen, wir müssen noch ein bisschen Technik anbringen. Gut im Zeitplan auf jeden Fall. Wir müssen jede Minute, jede Sekunde nutzen, wir sind relativ angespannt. Ja, wir sind die Atel. Ihr habt es geschafft, ihr habt diese vier Tage 3000 Kaffees getrunken. Herzlichen Glückwunsch dazu. Heiland sagt Danke. Wir melden uns jetzt mit dem Start der Pitches. Wir sind genauso gespannt wie ihr, was das inhaltlich alles für uns heute mitbringt. Danke, der ist schön für mich, für Stress, Spaß und gutes Essen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht so oft kommen, aber es waren alle da. Die Aufteilung wie Mode und Ford hat gut geklappt. Kollegen kennenlernen, mal live in Farbe zu sehen. Die Organisation ist super, das ganze Star Trek Branding ist total meins. Und ich finde die Woche viel zu kurz. Wir freuen uns, unglaublich den Preis gewonnen zu haben, weil wir, glaube ich, eine super coole Truppe sind, wir hier einen unglaublich guten Austausch hatten, wir super gut socialisen konnten und das ist, glaube ich, das, worauf es hier auf so einem Event ankommt. Und deshalb freuen wir uns. Party! 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 Party!